So, hallo. Ich bin Holger aus dem Schlafzimmer, heute nicht aus dem Schlafzimmer, sondern aus Oberaudorf. Das liegt da unten. Durch den Wald durchgucken, dann sieht man es. Das ist ein Ort ganz im Süden von Deutschland, an der Grenze zu Österreich. Und zwar haben wir hier mit ein paar Freunden eine Hütte angemietet. Ich werde heute mal die Chance nutzen, weil ich zu früh da bin, eine Runde mit dem Fahrrad zu drehen. Ja, ich habe da eine schöne Route in Komoot geplant. Ungefähr 115 Kilometer. Und da geht es gleich los. Nur einen Schluck trinken, ein bisschen umziehen. Und dann ab dafür. So. Wir sind mal so unterwegs. Ich fahre jetzt gerade Richtung Tatzelwurm. Eine Passstraße. Aber es ging hier vorhin auch schon ordentlich hoch. Ich bin ja genau das Gegenteil von einem Bergfahrer. Und ja, ich mache das ja eigentlich, ich mache das ja eigentlich auch nicht aus Training. Eigentlich, eigentlich mehr aus Spaß oder sagen wir mal so, so ein Gewände habe ich nicht vor der Haustür. Und deshalb, wenn ich schon mal hier bin, muss ich mich auch hier mal durchbeißen. Hier ist ein Stück, hier rollt es gerade ganz gut. Aber ich zeige euch mal die Randschaft. Ich hoffe nicht, dass wir da oben hochfahren. So, das ist ja auch mein erstes Video dieser Art. Gucken wir mal, was wir heute noch so alles entdecken. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach der kurzen Pause geht es weiter. So, jetzt mal gucken, wo ich mir langen muss. Ich glaube, ich weiß noch. So, was das Navi so alles anzeigt, wird man gar nicht so einfach zu interpretieren. Jetzt stecke ich hier in der zweiten Steigung fest. Es gibt dann von dieser Kategorie noch eine und eben mal so kleine Zacken dazwischen. Ich weiß gar nicht, wie die Ortschaft hieß, kann ich ja noch mal nachgucken. Ja, ich hoffe, dass die Steigung nicht die ganze Zeit zu dieser große Straße ist. Nicht als Anti-Bergziege schlägt er schon ein bisschen rum. So, da, naja, naja. Ja, naja. Die Kühe. Ja, ist echt eine schöne Gegend. Aber, naja. Ja, naja. Wenn ich hier aufgewachsen bin, wäre ich nie im Leben zum Radfahrt-Sportikum. Also, das ist schön, das kann man mal machen, aber ich bin eher so ein Flachland-Zeitfahrer-Mensch. Ja. Ja, kleinen Bauch habe ich auch. Also, der hat mir nix anderes übrig. So was hier können wir aber mit dem Motorrad machen. War ich ja tatsächlich auch schon mal. Eigentlich war es auch geplant, dieses Wochenende auch mit dem Motorrad herzukommen. Aber ich habe vor zwei Wochen meinen Helm kaputt gemacht. Das ist mir runtergefallen. Beim Maske aufsetzen. Ah. Ah. Wollen wir schon wieder klar, wie blöd das mit Corona ist. So, ich packe mal die Kamera weg. Das gehört mir nicht. Guck mal, wenn die Filme erschaffen, oder? So. Also, ich bin ja in irgendeiner Botschafter heute, die ist sowas von verliegelt. Da ist es. Dankeschön. Also, dieses Einleger auf einen Hof yephogger. Das sieht ausgelenkt. Wir glaubten, wie gut ausgehen hat. Es sind. Das ist doch Audience untert du滑 das Handeder auf dem Holt Gulch. Ja, natürlich. Aber in dieser Originally sind auch hier. das sieht man aus also, hier wird es ungefähr 50 Kilometer geschehen naja, das wollte ich 115 finden Also, 50 Kilometer ungefähr habe ich geschafft, 115, was ich fahren kann. Das wäre aber zeitlich knapp geworden. Von meiner Fitness her, ja, keine Ahnung, also 50 habe ich geschafft, ich habe die Strecke ein bisschen abgekürzt, sodass ich dann auf knapp 90 komme am Ende. Und, naja, das heißt, ich habe jetzt über die Hälfte, bin schon ein bisschen eingelockt. Aber ich schätze mal, so über den Daumen gepeilt, dürfte ich mehr als die Hälfte der Höhenmeter schon liegen. Zu allem Überschluss, ähm, jetzt, bin ich jetzt noch richtig? Und zwar hat er mir erst nicht die gefahrenen Kilometer angezeigt, denn ich habe mir vorher die Wasserstellen aufgeschrieben gehabt. Dann hat er vorhin einen Kilometer. So, dann würde ich das gerade biegen. Dann hat er mir... in dem Datenfeld... da hat er mir gar nichts mehr angezeigt. Jetzt habe ich jetzt aber soweit gefixt, also das ist ein Map-Dashboard nennt sich das. Da kann man in einem Datenfeld sechs kleine Datenfelder... Da kann man in einem Datenfeld sechs kleine Datenfelder definieren. Und das... So, dann ist es gestiegen. So, dann ist es gestiegen. Auf zwei Datenfelder ohne dieses Map-Dashboard. Jetzt zeige ich mir einfach die Distanz ein. Und die voraussichtliche Ankommenszeit. So. So, gucken wir mal hier, wie das so aussieht. Einmal rund rum. So, da unten. Jetzt kommt wieder ein Auto. Ja. Ja. So geht das. Also, mit der abgehörsen Strecke werde ich bei ungefähr 60 Kilometern eine... die nächste Wasserstelle haben. Ja. Und dann... Da kommt noch mal eine. Die kommt aber später. So. So. So wie geht es? Wenn ich so viel verkehrt werde... Wenn ich so viel verkehrt werde... Bei uns weitergerecht hier wird es... Gucken wir mal da rüber. So. So. Da ist ein See. Da sieht man doch, oder? Gut. Und wie immer. Da fahr ich am Schatten. Das ist schön kalt. Das ist schön kalt. So. Bahnstrecken. Oh. Bahnstrecken. Bahnstrecken ist ja auch. Wer weiß was hier fährt. Visa. Te Bard.» Schaff's�st. Are you still here? I was still here. Du hast alles UEFA. Und du hast dich. Du hast alles vantagem amount existiert. thats Ephuchatkieif ingen��訂閱. Ich vers BASICos кто ist feiere. Das ist dumpfunk. Bis zum nächsten Mal. 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 So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020